Mitteldeutschland vor drei Jahren. Lockdowns, geschlossene Schulen, Homeoffice, Kurzarbeit. Corona bringt das öffentliche Leben fast zum Stillstand. Viele Maßnahmen sind stark umstritten, auch das Impfen. Inzwischen ist die Pandemie vorbei, doch was haben wir aus ihr gelernt? Corona aufarbeiten, aber wie? Unser Thema bei Fakt ist Montag um 20.30 Uhr im Livestream und 22.10 Uhr im MDR Fernsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017